Im heutigen Video geht es um Farbkalibrierung und um professionelle Farben. Das Video gab es schon mal bei YouTube. Hier, wir haben es gelöscht und wollen es nochmal neu machen, weil ich glaube, dass ich es einfach falsch erklärt habe. Das heißt, dieses Video wird nochmal das Ganze ein bisschen besser erklären. Wir wollen natürlich immer Videos liefern, die auch fotografisch weiterbringen und die das Ganze eben auch noch verständlicher machen. Und ich glaube, ich habe da gewisse Dinge als zu selbstverständlich beim letzten Video angenommen. Deswegen versuche ich hier auch nochmal einfach das Ganze so ein bisschen früher aufzudrisseln und auch ein bisschen mehr zu erklären, warum man das überhaupt braucht. Weil ich habe das erklärt, aber ich habe nicht so richtig gesagt, warum man es braucht. Was? Das ist der Data Color Spider Checker Foto. Der liegt hier gerade auf dem Tisch. Das ist die Verpackung, das ist das Gerät. Also man sieht sehr, sehr, sehr kleines Plastikgehäuse, wo innen drin Farbtafeln sind. Das, so sieht es aus. Und es geht natürlich um professionelle Fotografie mit dem Bedürfnis, eins zu eins die Farben zu fotografieren, die auch wirklich existieren. Achtung, man muss unterscheiden. Es gibt zwei verschiedene Fotografiearten, meiner Meinung nach. Es gibt einmal die berufliche, reproduzierende, echte, authentische Fotografie, wo es darum geht, eins zu eins die Realität nachzubilden. Und dann gibt es eben die künstlerische, kreative Fotografie. Man könnte ja auch das Video so machen, dass man einfach nochmal einen Farbluck drüberlegt. Und plötzlich sieht alles voll cool aus und irgendwelche Flares und sonst was. Das hat aber nichts mehr mit der Realität zu tun. Die gibt es eben hier gar nicht. Das ist nachträglich gephotoshoppt oder gepremier Brot. Gut, aber das genau ist der Punkt. Es gibt eben viele Bereiche, wo man als Fotograf gezwungen ist, etwas zu fotografieren und man genau das eben abliefern muss, was in der Realität existiert. Und man hat eigentlich generell in der Fotografie ein großes Problem. Ein großes Problem. Egal, was man macht, man weiß ja nie, was man da eigentlich gerade fotografiert hat und was man da gerade sieht. Es gibt jedes Mal, wenn irgendeine Ausgabe stattfindet, also zum Beispiel jetzt auf dem Monitor, dann kann ja Farben anders angezeigt werden. Bestes Beispiel, der Handy-Nacht-Modus, der alles so warm macht, damit man nicht diese blaulichen Töne abbekommt und da wach bleibt, der lässt sich einfach alles anders darstellen. Das heißt, die gleiche Farbe wird über das Display anders dargestellt. Genauso ist es natürlich so, dass die Kamera Farbe aufnimmt, dann RGB-Pixel oder X-Transensor, also rot-grün-blau, wird zusammengerechnet und dann kommt irgendwo eine finale Farbe raus. Problem immer bei der Sache ist, man weiß nicht, was man da eigentlich gerade als Sensorinformation in der Datei stehen hat. Und jetzt gibt es verschiedene Punkte, wo man darüber sprechen muss, wo dieses Ding eben sinnvoll wird. Der Spider-Checker-Foto von Datacolor, der löst eben dieses Problem, dass ich nicht weiß, was ich da eigentlich vor mir habe, sondern diese Farbfelder, die ich hier gerade sehe, die sind vordefiniert und sehr, sehr, sehr akkurat eben ausgegeben, sodass, wenn ich ein Foto davon mache, ich gegenchecken kann, ob rot wirklich rot ist, grün wirklich grün ist und so weiter und so fort. Bedeutet, einen Fehler erkenne ich im Farbmanagement eigentlich nur, wenn ich Referenzwerte habe. Und diese Farbtafeln, die gibt es ja in unfassbar teuer, zum Beispiel von Fogra oder von, wie heißen diese Farben, da gibt es so coole Tassen, Pantone. Also da gibt es ja ganze Bücher, die hunderte von tausenden von Euro kosten. Kein Witz, das ist ein abstruser Preis, wo man einfach wirklich perfekte Farben drin hat, die man dann irgendwo hinlegen kann, vergleichen kann und so weiter und so fort. So ein bisschen würde ich es gerne mit Malerei vergleichen, mit einer Wandfarbe. Jeder hat schon mal eine Wohnung gestrichen. Jetzt hat man erstmal das Ding, dass man eine Farbe aussucht und dann greift man in den Farbtopf und dann will man erstmal sagen, okay, ist die Farbe, die man da gerade gekauft hat, wirklich die Farbe, die man da gesehen hat? Hängt nämlich auch zum Beispiel davon ab, wenn man es nachher streicht, welches Licht da vorherrscht. Wenn ich zum Beispiel eine grüne Wand streiche und ich mache abends, wenn das Licht aus ist, meine Glühbirne an, dann wirkt es grün anders, als wenn ich jetzt gerade ein Tageslicht drin habe. Das heißt, Licht ist der nächste Aspekt, der wichtig wird. Und jetzt müssen wir das Ganze mal nochmal ein bisschen aufdröseln. Wir müssen es wieder etwas runterbringen in der Erklärdichte. Farbe ist eine sehr komplexe Sache. Manchmal wechselt man das Farbsystem von Additiv zu Subtraktiv. Das heißt, wenn man druckt, von RGB zu CMYK, das ist super, super, super gefährlich, dass man da eben Blödsinn bauen kann und als Fotograf dann irgendwann landet und sagt, ja, die Farben in deiner Datei sind falsch. Beispiel Ferrari Rot oder Telekom Magenta. Das sind ganz genau definierte Farben. Und wenn ich dann was fotografiere und ich liefere das nicht ab, dann bin ich sozusagen am... Das wurde jetzt gepiept. Dieser Spider-Checker-Foto ist eben genau die Lösung, dass man den dabei hat, dass man den ins Set reinhält, einmal am Anfang und dann einfach ein Bild mit fotografiert. Und das ist das, wo beim letzten Video das gar nicht so richtig verständlich war. Das ist keine Kamerakalibrierung, wo man sagt, die Kamera hat immer den und den Fehler, sondern das ist eigentlich perfektioniert für eine Set-Optimierung. Wenn ich also ein komplett... Erklär mal es andersrum. Ich nehme eine weiße Fläche und eine rote Fläche. Unter neutralem Licht wird der Unterschied sichtbar werden. Wenn ich jetzt allerdings hingehe und ich mache ein rotes Licht drauf, dann wird die weiße Fläche rot angestrahlt. Die rote Fläche, die ist ja eh rot, die bleibt rot. Und wenn ich das dann fotografiere, habe ich irgendwann einfach nur noch alles rot. Das bedeutet, ich kann diesen Unterschied gar nicht mehr hervorrufen. Und das muss man sich im Hinterkopf behalten, dass falsches Licht, also schlechtes Licht, und schlechtes Licht ist dort, wo Wellenlängen fehlen. Wir können ja hier einfach auch mal einblenden, so ein Kolorimeter, das ist ein Lichtmesser. Da kann man dann das Spektrum sehen, also Spektrum von zum Beispiel einem LED-Dauerlicht. Und da sieht man, wie ungleich diese Wellenlängen teilweise auch verteilt sind. LED hat meistens so ein Blue Peak, so nennt man das, das ist dieser blaue Ausschwank. Blitzlicht, Dauerlicht, sieht wieder anders aus, also Kunstlicht, Tungstenlicht. Also in jedem Licht stecken andere Wellenlängen drin. Und das Problem mit diesen Wellenlängen ist, dass wenn die da zum Beispiel nicht da sind, dann können sie auch nicht reflektiert werden. Und dann kann man auch die Farbe gar nicht fotografieren. Und was dieser Colorchecker jetzt im Ergebnis macht, ist, dass er versucht, das eben hinzubekommen, was falsch ist. Man macht folgendes. Man macht das erste Foto, das Sets mit dem jeweiligen Licht, so perfekt eingerichtet, wie es ist. Und bitte in einer Neutralbelichtung, nicht zu hell, nicht zu dunkel. Und fotografiert dann dieses Ding mit. Dann geht man in Lightroom, oder kann man auch direkt über die Software machen, über dieses Plug-in, Spider-Checker-Foto. Und dort wird dann das Bild reingeladen und der Bereich selektiert mit diesen Farbtafeln. Und was jetzt dann die Data Color Software macht, ist ganz einfach, sie sucht sich raus, die Veränderungen in der HSL-Konvertierung, wie müssen jede Farben ganz fein angepasst werden, in Luminanz, in Sättigung und in Helligkeit. Das ist Luminanz, in Sättigung und in Farbton. Wie müssen die ganzen Sachen angepasst werden, damit das wirklich perfekt oder so gut es geht eben passt. Achtung, die Software kann nicht zaubern. Wenn ich als Fotograf vorher Kacke baue, dann bleibt das eben so. Das heißt, wenn ich unter rotem Licht, wie hier, mache ich jetzt Frontlicht aus, können wir ja kurz mal machen. Moment. Zack. All off. Jetzt, da kann man korrigieren, was man möchte. Da passiert nichts mehr. Ich habe kein neutrales Licht. Deswegen haben wir hier vorne das neutrale Licht und da habe ich dann eben alle Wellenlängen drin, sodass auch alles reflektiert wird. Und dann kann ich anfangen, umzupassen. Also das Ding ist kein, das Ding kann die Realität nicht ändern, sondern es kann erreichen, dass sich kleine Fehler, die ich gar nicht mit den Augen wahrnehme, aber die dann der Kunde wahrnimmt, dass ich die korrigieren kann. Und was rauskommt, ist dann eine Entwicklungseinstellung, also im Endeffekt ein LR-Template, also ein Lightroom-Preset. Und wenn ich das dann anwende, auf alle meine Fotos, habe ich korrigierte Farben. Und das ist eben der Knackpunkt. Mit diesem Spider-Checker-Foto bekomme ich die Lücke geschlossen zwischen, ich habe da irgendwas, aber ich weiß gar nicht, was es sein sollte. Weil, und jetzt kommt es, diese Tafeln hier sehr akkurat sind. Ich habe hier mal ein Konkurrenzprodukt dabei, das ist der Color-Checker. Manchmal verwechsel ich auch den Namen, habe ich glaube ich im ersten Video auch gemacht. Aber da sieht man zum Beispiel auch schon, wie das zu alt wurde und wie das auch zu dreckig wurde. Ich glaube, auf der anderen Seite sieht man das noch besser, dass hier diese Fläche also wirklich so ein bisschen verdreckt ist. Da ist man einfach mit Fett drauf oder mit Haut und dann ist es natürlich nicht mehr der Grau, den man eigentlich haben möchte. Das hier ist Color-Checker Passport von X-White. Das ist von Data Color und Data Color hat es einfach ein bisschen deutlich besser gemacht. Erstens sind die Farben viel, viel, viel besser gedruckt. Ich glaube, das ist sogar ein richtiges Offset-Papier, was also eine leichte Strukturierung hat. Und jetzt kommen wir zum wichtigsten Punkt. Es reflektiert ganz wenig. Das Problem beim Reflektieren ist nämlich, dass sich Farben verändern würden. Und jetzt gehen wir mal in die Top-Kamera, in die Close-Up-Kamera und ich bewege einfach mal das Ding rum. Und man sieht auch, wie dieser Plastikbereich hier außenrum, wie der anfängt zu reflektieren. Wichtig ist aber, dass zum Beispiel, man sieht es glaube ich hier an der Ecke am besten, boah, das ist beeindruckend. Sieht man das, Olli? Wie schwarz das bleibt? So egal, wie viel Reflektionen drauf kommen, die Farben müssen immer, immer, immer gleich bleiben. Und das ist sozusagen das Können in der Produktion und auch, warum man dafür ein solides Stückchen Geld zahlen muss, damit es eben so qualitativ hochwertig ist. Auf der anderen Seite, hier hat man nochmal Grauwerte, 50 Prozent, 18 Prozent. Das sind die beiden Graukeile und übrigens eine der wichtigsten, aber da können wir nochmal ein extra Video drüber machen, ist der zweite Bereich, ich hole mal hier so einen kleinen Stift, damit ich das besser zeigen kann. Dieser Bereich hier, niemals drauf kommen mit den Fingern, aber diese zweite Säule hier, das sind Hauttöne, also von hell bis dunkel. Man sieht, diese Brauntöne sind sehr, sehr, sehr angenehm und da kann man auch checken, wie gut das Licht überhaupt in der Lage ist, diesen Hautton darzustellen. Aber dann merkt man auch plötzlich irgendwann, oh, das darf man gar nicht nehmen, das Licht, wir bauen um, wir bauen ein anderes Licht hin, weil die Farbtöne kommen eh nicht rüber. Ein super tolles Ding, würde ich potenziell eigentlich immer, immer, immer dabei haben, um einfach mal ein Foto vorweg zu machen. Ob man danach noch in eine kreative Fotografie-Schiene geht, das ist wieder eine andere Sache, aber man weiß wenigstens, dass man die Chance hatte, es richtig zu machen. Das ist so ein bisschen der Punkt. Gut, es gibt eigentlich keine andere Möglichkeit als solche Farbtafeln. Das Ganze geht von Datacolor auch noch mal in groß. Das ist dann, ja, das ist dann so, das Ganze in riesig. Meistens sind diese ganzen Blätter auch noch wechselbar. Man muss da echt höllisch aufpassen, dass man die nicht verschmutzt oder dass man da nicht irgendwie Blödsinn mitmacht, weil die muss man wirklich sehr, sehr, sehr wie rohe Eier behandeln. Und übrigens ist das auch so ein Punkt, was ich viel besser finde beim Datacolor. Wenn wir uns das hier mal genau angucken, dann hat man hier relativ schnell Schmutz. Also wenn man das in die Tasche tut, dann hat man hier sehr schnell, dass da, es ist sehr offen, merkt man das? Also es ist irgendwie so, da geht sehr schnell was rein hier innen drin. Bei dem ist es so, dass es sehr, sehr, sehr deutlich überlappt. Es gibt hier Außenverschlüsse und also es ist sehr viel fixierter und das hat bei uns natürlich hier beim X-Ray irgendwann keinen Spaß mehr gemacht, weil dann sind die Farben einfach durch Dreck und alles Mögliche unbrauchbar geworden. Dinger kann man nachkaufen, kosten Punkt 119 Euro. Das ist jetzt nicht gerade wenig Geld für ein bisschen Plastik und Papier, aber ich kann garantieren, Papier ist gar nicht so einfach zu bezahlen und zu machen und hochwertige Drucke sind auch gar nicht so günstig. Holob Gerst, Schatten, zum Beispiel. Ja, was kann man noch sagen? Eine Kleinigkeit, die wir im ersten Video haben, die ich auch hatten und die ich gerne nochmal reinbringen möchte, wäre nämlich auch nochmal einen kleinen Abstecher in die Farbrender-Prioritäten, weil es wird sich sicherlich jemand fragen, warum steht da in dieser Software diese Option perzeptiv, relativ farbmetrisch und so und so weiter. Ich will es ein bisschen nerdy wieder halten. Also, wenn ich etwas habe, einen Bereich, einen Bereich an Farbe oder an Tonwert und nehmen wir an, wir machen es mal mit Luminanz, 0 bis 255, das wären jetzt alle Helligkeitswerte von einem JPEG, von einem 8-Bit-RGB und ich kann jetzt irgendwie nur diesen Bereich innen drin drucken, also vielleicht 20 bis, boah, das ist jetzt hier irgendwie 50 bis 200, dann fallen mir hier 50 weg und hier 50 so grob. Was mache ich denn jetzt damit? Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, wie man da umrechnen kann. Was könnte man denn machen? Man könnte das gesamte Bild, wir machen es jetzt einfach mal mit dem Bild stauchen. Das Problem ist, dass mein Gesicht dann sehr, sehr, sehr schmal ist. Mag ich? Direkt mal abgenommen. Aber ich habe einfach jetzt alles gedrückt. Dafür habe ich das ganze Bild drin. Man sieht das ganze Bild, aber das Bild ist nicht mehr richtig. Was man natürlich auch machen könnte, ist, man könnte einfach die äußeren Sachen wegschneiden. Und wenn man die wegschneidet, dann bleibt der Martin eben 1 zu 1 enthalten, aber es fehlen Informationen am Bild. Dann kann man das noch relativ, also man kann das noch sozusagen mit einem Verlauf, also außen mehr drücken als innen. Und da gibt es verschiedene Varianten, aber es geht alles um das Problem, wie man hier jetzt hier sieht. Was macht man denn mit diesem Zeug, was man einfach nicht darstellen kann? Und das gilt natürlich für Farbe. Das gilt für Farbe, das gilt für Helligkeiten, das gilt für alles. Drückt man, schneidet man, drückt man relativ und alles Mögliche. Und deswegen gibt es diese Render-Prioritäten. Da würde ich einfach in der Software den Standard eingestellt lassen. Ja, das war es eigentlich schon. Super, schönes Tool geworden. Ist natürlich nicht für jeden was, aber auf jeden Fall, wenn man professionell arbeiten möchte, dann hat man hier die Chance, ein sehr handliches, sehr leichtes, sehr kleines Tool mit einer ganz hohen Farbakkuranz zu haben. Und vor allem, das ist natürlich auch eine ganz wichtige Sache, diese Reflektionssache. Oftmals lässt man ja die Models das so reinhalten. Also ich gebe es übrigens immer so, damit die von vornherein schon erkennen, das ist der Trick, don't touch. Also wenn du das einfach so gibst, dann lang die da drauf. Man muss das wirklich sehr, sehr, sehr visualisiert übergeben. So, Vorsicht, könntest du das mal ganz kurz reinhalten, nicht auf die Stellen kommen. Und dann hält meistens das Modell das so rein. Und man macht das eigentlich gerne mit dem Modell, weil man dann auch gleichzeitig Hauttöne, Kleidung und sonst was korrigieren kann. Also einfach so reinhalten geht natürlich auch, aber dann hat man diesen Korrekturfaktor nicht mehr. Und wenn man jetzt zum Beispiel das falsch hält, und das sieht ja die Person, die eigentlich da gerade vor der Kamera ist, dann hat man diese Reflektion. Und was man auch glaube ich gerade extrem gut erkennen kann, was hier reflektiert ist, dieser schwarze Rahmen, aber die Farben, die hier drauf sind, die bleiben super, super, super stabil. Und wie wir alle wissen, Helligkeit ändert, also Luminanz ändert teilweise Sättigung und ändert teilweise auch Farbton. Das heißt, wenn es nicht so wäre, würde man sich durch eine Falschbelichtung oder durch ein reflektiertes Licht die Farben da rauskicken. Und das geht gar nicht. Dann wäre die Messung kaputt. Und dann hat man das reingehalten und kann es doch nicht nutzen. Das passiert halt wirklich, ist sehr viel besser geworden. Also man merkt auch schon den Unterschied davon, das war sehr viel, sehr viel reflektierender. Also hier merkt man es. Oh, ja hier merkt man es total toll. Oder Olli? Bei der. Also wenn ich jetzt hier, dann geht die Farbe fast komplett weg, oder? Also. Oder hier, bei dem Rot hier. Sieht man es? Beim Schwarz? Oh ja. Oh ja. Also da wird es schwarzheller, weil ich jetzt eine Reflexion drin habe. Also das ist sozusagen jetzt noch ein älteres Tool. Gibt es auch noch zu kaufen, aber ist kein Vergleich mehr. Kein Vergleich mehr zum neuen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.